Wie wenn heute auch noch Killer spielen? Ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich jetzt überlebt und da kam Bock mehr gerade. Und bei Killer weiß ich aber nicht. Wie lange ich dann noch Lust habe auf TBD. Deswegen, weil ich habe jetzt auf jeden Fall so geplant, was ich ja eigentlich in Folge noch ansprechen wollte, aber nicht mehr dazu gekommen bin. Nämlich, dass ich morgen vermutlich nichts streamen werde, weil ich dann... Ja, ich ein bisschen früher anlegen werde. Damit ich am Samstag ausgeruht in der Früh direkt mit Endwing weitermachen kann, weil ich da unbedingt weiterspielen möchte. Oh Gott. Ja, das tun wir immer gleich weg. Ach komm. Wieder eine Survivor-Aufgabe. Entkomme und überlebe einmal aus Felix. Habe ich darauf Bock? Aber sonst geht das nicht weg. Morgen werden wir nichts... Deppet, Deppet, Deppet spielen. Am Samstag werden wir auch nicht Deppet, Deppet spielen. Ich weiß nicht, ob wir am Samstag überhaupt zu der WD kommen. Aber dann spielen wir zu Hölle nochmal Felix und versuchen zu entkommen. Äh... Ja... Habe ich eigentlich nicht wirklich Lust darauf, aber... Ja... Gut, ich weiß schon. Sparte ist geschossen. Sparte gibt es gerade nicht mehr. Äh... Wir sind da noch bei Eskalation. Gehen wir zum Markt rein und wollen. Da haben wir noch Aufgaben. Blende der Killer zwölf mal. Wo sind wir stecken geblieben da? Äh... 15 Generatorn machen. Jetzt werden wir ja den Killer blenden. Äh... Ich glaube, das würden wir nicht so einfach hinbekommen. Nicht als Felix. Dazu finden wir uns die Perks. Äh... Da haben wir Felix. Den haben wir erst nur auf Stufe 40. Uff. Wobei mit ihm haben wir eine Flashlight gerade ausgerüstet. Lol. Wir haben noch zwei Flashlights. Vom letzten Geburtstag. Uff. Vom letzten Geburtstag. Uff. Na ja, spannen wir uns die auf, ey. Wird schon irgendwie schieflaufen. Ah, da fehlt noch einer. Was ist der Jonah da an? Ah, wir haben noch acht Kuchen der Flucht erwähne. Was? Und ne Fang. Ja gut. Der Jonah hat ne Flashlight dabei. Schöne Sache. Hör auf. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hab ich noch nicht bereitgedrückt, lol. Hör auf! Ich dachte, ich hab bereitgedrückt. Green Auge. Und ein fürchterlichen Flauern. warum bekomme ich jetzt so weiter was ist das ja schweinchen müssen wir dann auf jeden fall spielen weil ich ja eher lieber auf antwort gehen möchte naja die killaufgaben müssen wir so langsam abschließen damit wir da war ja hinterfette werden wir nicht spielen wenn auch irgendwas mit schwein zu machen nähe oder bei mit schwein könnten wir uns vielleicht heranschlägen und überleben und ergreifen und stören da gibt es eine killaufgabe diese war richtig schwer kann mir doch noch nicht halten muss man auch spielen aber ich hab die glaube ich gar nicht aufschauen okay wir fahren mit bürger an keine ahnung machen wir das in der mitte direkt aber wir haben hinterwälder oh 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 go oh oh der tüftler ist da noch ein roterplatz schon was machst du das jetzt schon wieder fast fertig krass wir hören nichts der kehrt vermutlich ja der kehrt Das ist echt Bullshit gerade Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff Ah, f*** dich, ey. Ah, die hat verrannt. Ja, ich hab leider keiner gelenehnte Zeit, das ist Bullshit. Ah, f*** dich, ey. Hey, so dreckig, der Hinterwärter, wirklich, ey. Oh man, gut, hätte ich die Skillchecks alle großartig gemacht, wäre ich da rausgekommen. Oh man, oh man, oh man. Der Örne ist um. Oh. 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 Leider habe ich keinen Verwandte, ey, die sind das nicht Oh man, meine Verbindung ist wirklich am Arsch Kannst du echt vergessen, ey, das ist so ein Bullshit, ey Eine Werkzeugkiste, achte meine Güte Jetzt hat er denn einen aufgehangen, interessant Ja, was, denn ist das, denn schon wieder, ey Ach komm, so ein dreckiger Bastard, ey, wirklich Ein Generator, Noah, willst du mich verarschen? Ein Drei gemacht Ey, der Typ, der spielt Not, Nerd, der hat Nerd dabei Willst du mich verarschen, ey Der hat nicht dabei gehabt, der Wichser Ey, wozu denn, wenn er eh von Anfang an direkt kennt Ey, so ein Bullshit, wirklich Das ist auch noch so funktioniert, ey Dreck, ey, wir hätten einfach die Chance durchziehen müssen Tja, müssen wir noch eine Runde Felix spielen Genau, genau aus dem Grund wollte ich ja nicht Survivor spielen, weil die Archivaufgaben, äh, bis die TG-Rituale da tausendmal länger brauchen oder dauern, wenn du als Killer das einfach schnell erledigen kannst Naja Noch eine Runde Felix Haben wir keine gelähne Zeit oder so? Ne, haben wir nicht aufhin Ja, das ist problematisch Aber nach dem nächsten Update Braucht man gelähne Zeit nicht unbedingt dringend, weil, äh, die Überlebenden dann eher unter 50 Sekunden, äh, Kondition bekommen Ähm, und, zudem auch noch Eiler Wodurch sich das dann schwieriger gestanden wird als Killer Da einfach mal zu kämpfen Gott, ey, was ist das? Ich muss mal überprüfen, ob ich mich ganz, mich ganz normal anhöre Tue ich das? Ja Wer hat ein Flan reingehauen? Ich weiß es gar nicht Ach Gott Backwater-Sampf Uff, wo bin ich denn gespawnt? Die Überlebenden sind ja ganz weit weg auf der anderen Seite des Maps, ey Ich sehe halt niemanden und ich habe eh schon Bindung mit offenes Blatt auf Stufe 3, also weiter kann ich nicht sehen Wir sind richtig am Ende des Maps gekommen, ey Wir haben müssen da irgendwo vorne sein Naja, ich sehe halt absolut niemanden Oder wurde die Klaudette direkt verletzt, okay Ach, da hinten Da reicht die Bindung mit offenes Blatt einfach nicht aus Ach, hey, CUD Wieso will die einer sich jetzt immer wieder umbringen lassen? Ah, wir haben Töper Wieso? Ja, wir haben Töper Wieso? 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 Wir sind da hinweg klingelt Will das mal besser delle Klaudette tag promotet Wir haben die Klaudette den dumpfer Wieso? Dana war Wir haben wir Oh, Was Töper Keine Ahnung was das jetzt für eine Auktion war von der Cloud Dead aber es war völlig uncool Ey wie zur Hölle komme ich da hin? Egal Ja meine Verbindung wieder Ja Ich denke masch Das ist ein dicker Schlachter auch noch Das war jetzt nicht so gut Na da hört mich nichts wie es aussieht Und wir sind da zu zweit sehr schön Ganz oft jetzt Verbindung scheint allgemein gerade ziemlich körper zu sein Ach du Schande wie viele Versuche ich brauche ich denn ey Ach das ist bullshit Ja 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 Okay, was, man, uh, Heilungfortschritt ist nicht zurückgegangen Na ja Ach, ne, der hat mich jetzt nicht gesehen, oder? Ja, hat er Oh, wow, das funktioniert Mist Fahre mal in dem Haar um Wir kommen gerade wieder ab zu, zum, keinen Generator machen Gott, und sie laufen wieder in die Falle rein Okay Mhm, okay, der hat uns gesehen Boah, da hatte ich jetzt nochmal Glück gehabt Ah Hm, hm Wie sich das so zieht, ey, wir werden das schon wieder nicht überleben Ja, die ist jetzt weg Ey, wir verlieren das jetzt schon wieder nur, weil die Cloudetta gerade Das Spiel geschmissen hat, warum auch immer Hat auch noch erdrückende, äh, Präsenz gehabt Die ist immer noch da vorne, ja, und die wird verletzt Wie schlau ist es jetzt an dem Generator, äh, zu sitzen? Äh, ich weiß nicht Ich weiß nicht Wo kommt er denn? Wo kommt er denn? Ich erinnere, sehe nichts Ach, da hinten, also Ja, ist es echt schon vorbei Komm nicht mehr hinzu, ja Komm nicht mehr hinzu, ja Ah, wenn da die Hedge spawnt Ne, tut sie nichts Ja Ach, der hat schon wurde angefangen Wo ist denn die Hedge? Hm Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es da hinten ist Ja Ja Genau, da stehst du mir Gut Gut Sind wir mal, dass Felix ankommen Na ja, das hat nochmal einen schönen Wutpunkt gegeben Es wird schön an und das andere war alles gut interessant Der Tino 4000, ich weiß nicht warum sie das Spiel geschmissen hat, aber gut Das war leider keine andere auswege Spioner des Schattens hatte der Dude Okay Noch dazu gehört Ja, dann können wir jetzt Killer spielen Jetzt muss ich aber schauen was ich bei Schweine habe Beim Schwein Ob wir da irgendwie eine Aufgabe erledigen könnten Noch Hilfe mit mit einem Schweinchen Ach cool Da gibt's noch was mit seinem Möbeln und Präsenz Das müsst ihr an und ergreifen Mal schauen Na ja, erstmal gehen wir zurück zum Killer Und das passt Dämon 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 was hätten wir klappt mit hass jemanden töten müssen wir eigentlich auch gibt es auch noch so eine aufgabe noch verteilt für der boden da gibt es auch was glaube ich das wäre wie das bürger der gute wenn wir mit schweinchen so eine kühle aufgabe haben glaube ich habe ein paar rechner oder trefft einen der unter gefährdet landet ok mit verteufel der boden oder stufe 2 tüte das sie besser sein einmal mit den händen ja gut was ist das so eine blöde ja dann müssen wir schweinchen mit hass spielen glaube ich würde jetzt aber tatsächlich noch mal ja blutpunkte ausgeben die 300 auf schweinchen damit wir es mal auf 50 haben sind wir da ansteckende angst überwachung gut rüber hänkel streich worte ja und dann wird er nur noch habe übrig ach verdammt nochmal videokassette okay interessant aber noch solche spritzen ja gut da haben wir einen pudding eisener jungfrau ja das ja 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 Was machst du? Das ist der Sackverletzung, Räder. Ah, okay. Auf der Krankenschwester unsterblich, ne? Verkürzete Jagd. Natürlich, bekomme ich nicht das, was ich haben möchte. Interessant. Ah, Drachengriff. Das ist ja interessant, dass ich das auf ihr schon habe. Ich war überladen. Ja, überladen wird mir direkt zurückgenommen, egal. Jetzt frage ich mich, kann ich das bei ihr dann machen? I don't know. Ich habe Ruinen. Drachengriff, ja. Aber was dachte ich mir immer? So grundsterblich, verteufelte Boden, habe ich hier leider noch. Stufe 1. Ähm. Treffe dann der Wahl. Das vierte Pöck war was? Habe ich mir irgendwas ausgedacht? Ah, Fluch aufgetehrter Aufschung. Ja, das habe ich aber auf ihr gar nichts. Puh, na gut. Ähm. Ja, lassen wir das nochmal. Machen wir ein neues Pogbird. Wir haben jetzt das mit Hass, oder? Ja. Wir nehmen trotzdem mal Mementos mit. So. Ja, könnte auch interessant werden. Was haben wir da? 6%. Und jetzt kommt der Sand. Und... Ah, was nehmen wir denn noch mit? Suck vor der Zahnräder? Let's do it again... I don't know, ey... Trifte so... Ja, nee, komm, nehmen wir das, oder? Machen Sie ihn, spielen wir das einfach mal. Okay... ...dark angel, pizza, commander shepherd, äh ja, den Namen. Wir haben eine Nähe, eine Nähe, eine Jui und eine Claudette, okay. Sehr schön. Heißt du, das hätte man doch, äh, auf einer Schreie gut auseinanderhalten können. Zwei... ...Flauens wieder, ey. Ah, da haben die Leute richtig viel bekommen. Das würde ich schon sagen. Wenn die immer noch sowas truppen. ... ... ... ... ... ... Oh, Leos, Gedenkensitut, da kann ich mir ja richtig schön heranschleichen. Mal sehen, wieviel mir Karte Rückenschauer spielen. Oh Gott. Das war doch die Claudette, ey. Sie ist aber doch auch rumgeschrien. Ah, jetzt hier sind meine Ziele, bist du es nicht. Oh Gott. Mahde neben, alles klar. So, bevor er den Chen angeht, du bekommst auch noch eine Förder. Alles ob. Oh Gott. Er hat sich hier irgendwo verstellt. Was? Angriff aus der Hinter... ey, komm. Uh... Oh Gott. Oh! Ah, da bekomme ich mal meinen ersten Haken jetzt ein. Ach, war nicht zu weit weg. Mist. Ach, war nicht zu weit weg. 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 Die Nia hatte ich noch gar nicht aufgehangen. Die fassen die Chans auch nicht an, die ich drehte. Oh, das war weit genug weg, das war die Nia, interessant. Ich werde dich trotzdem noch bekommen, ein Fnea. Nichts, wenn da eine Blöde ist, ey. Ich werde dich nicht anschauen. Ah, du bist der Falsche, ey. Ja, die Nerze wird sich so verduften dann, wobei die haben keinen Ausweg getriggert und ich hab nicht aufgepasst. Wow. Okay, ich hab dich noch bekommen. So knapp. Komm, bevor sie noch mit, äh, Dings kommt, mit Entscheidungsschlag. Ich hätte sie nicht riskieren, oder was? Ich weiß ja nicht, aber ich glaube schon, dass die Entscheidungsschlag hat. So, direkt neben Nancy. Na ja, die hätten wir gar nicht. Problematisch. Und da ist die abgauen, was war das jetzt für ein Krachlust, der gemuttert hat? Ja, schön, die Aufgabe haben wir auch noch geschafft. Nice. Können wir in einem anderen Keller spielen jetzt? Und ich müsste mir Handtuss spielen. Jetzt. Und genau, die mit der Pflanze sind da rausgekommen, die Pflanze rausgehauen haben. Tja, so ganz geil. Ne, keiner von denen hat der Entscheidungsschlag interessant. Nur die eine hat der Entscheidungsschlag. Pizza. Die hier, okay. Natürlich die beiden mit Blankgranaten und die eine hat er auch noch Sprengfall interessant. Was habt ihr die auch noch verwornt? Ach, der einzige mit Harden nehmen war die Pizza, okay. Tja, ich ist leider nicht so gut gelaufen. Aber die haben auch schön Chants durchgezogen. So. Verteufel der Bodenhand, was? Wir so langsam mal, äh... Naja. Die restlichen Trophäen haben. Ich denke, ich werde es so machen, dass wir jetzt Samstag den ganzen Tag Ellenbanks spielen. Sonntag vermutlich auch. Morgen, äh... Morgen, wenn es passt, äh, Vollgas. Noch ein, zwei Stunden. Und, äh... Wenn wir es nicht schaffen, die restlichen Herausforderungen abzuschließen, wenn wir dann Sonntag auch noch, äh, Vollgas spielen. So. Ich muss kurz mal eine Tür aufmachen. Weil ich gerade ein Schrei gehört habe. Zuseppe. Eine Katze. Ja, da ist die Katze. Guck mal. Ah, Mann. So, wollen wir jetzt... Abrechnung oder Eskalation? Abrechnung war es, glaube ich. Oder? Ja. Okay. Wie darf ich das jetzt eigentlich verstehen? Machen wir das mal. Dann wären wir eine jagende Hunters. Moment. Äh, zäuner ist gespenst, oder? Ich meinte, das ist... Äh, viel gut. Ähm... Tja. Tja. Ja. Ich sollte dich also noch mitnehmen. Beständig. Und brutal stärker. Zorn ist ihr Blut. Ja. Spielen wir damit. Cherry. Okay. Ein Opferkuchen. Loll. Drei fürchterliche Pflanzen und ein Opferkuchen. Interessant. So. Fji. So. Ich sitze. So. Vielen Dank. Ich hatte eine Freude. Was ist das denn, Alter? Das ist ja ziemlich lange. Aroma und... Na ja, geht es schon schneller jetzt. Aber dann wäre eine gute Kreatie. Nein, schon haben sie sich schon durchgezogen. Krass. Diese Ausweich-Manöver. Ja, das hat er aber jetzt getroffen, oder? Die haben ein Tempo drauf. Ja, das war's. Sie haben noch 4,4. Sie haben noch 5,4. Ja, geht mit den Piraten. Da bist du jetzt, Klangjäger. Ja, das haben wir noch. Meine Güte. Ernsthaft jetzt? Oh, nein. Ah, wo ist der feige Typen jetzt? Ah, da ist er. Ah, da ist er. Ah, da ist er. Tja, so schnell kann's gehen. Genau so schnell, wie ihr Chainson macht. Na gut, den Chana hatte ich noch gar nicht. Oh, da ist er. Okay. Äh. Äh. Wie ist die Kladette? Ja. 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 Meine Güte, jetzt verstecken wir sie hier. Ah, da ist die Kladette. Wozäule war die denn jetzt? Ah, schafft sie's. Oh, ne. Ah, der Felix kommt aber raus. Oder? Ich schaff's nicht bis zum nächsten Mal, oder? So. Äh. So weit weg. Schau! boah der channel war von ganz weit und jetzt ist er zurück völlig auf null krass versteckt sich ja ich habe wege waren was macht sie da hinten nö Ja, das ist so ganz gerne. Richtig blöd gelaufen, ey. Das habt ihr aber davon, wenn ihr unbedingt Jen, äh, Jen durchziehen müsst, krampfhaft. Ja, nee, sie kommt nicht mehr zum Retten. Wow. Das ist aber mir vor Ort noch mal vorbeigelaufen. Versteht sie sich? Ey, da ist keine Bohnen-Uke. Wenn sie es noch nicht hat, muss es hier irgendwo sein. An der Hütte. Wow. Wow. Die sind erst einmal vorbeigelaufen, okay. Schade. 100.000, naja, gut. Das hat jetzt nicht wirklich, äh, Blutpunkte gegeben. Wahnsinn, ey. Oh, wow. 16.000. Genau die, die rausgekommen ist, hat keinen Flan rausge... Mit dem meisten... Äh, die rausgekommen ist und die meisten Blutpunkte gemacht hat. Kein Flaner reingehauen. Gut, wachsam hatte die, ist schon zu fähig. Erneuerung und Technik, okay. Hatte da jemand zurückgelassen, nicht, oder? Aber zweimal Erneuerung, interessant. Ach ja, wir hatten Felix dabei. Felix, alle seine Perks und Beweise, dich, interessant. Das fängt gegen das so schnell. Naja, das hat jetzt leider nicht zu viele Blutpunkte gegeben. Mal sehen, wie die Killaufgaben sind. Ich glaube, der nächste ist mit verteufelter Boden. Weil alles andere ist, Gräben, irgendwie, und... Ich weiß nicht. Jetzt haben wir einen Schuss. Nee, mal mit zwei waren wir noch. Oder was haben wir denn da noch? Zwei Überlebenden in einer Runde, Gräben, auf einem Generator. Eieiei. Das könnte euch theoretisch noch mit der Hand was machen. Was ist das? Ja, gut. Das wird auch einfach sein, oder? Ja, geht die Überlebenden. Sehr schön. Das macht es einfacher. Ach, da ist es. Stufe 2 war mir, glaube ich, aber... Stirn und greife eine Überlebende, genau. Das machen wir aber nicht jetzt. Das ist ein Schuss. Dann auch was. Nee. Da wäre auch keine Killaufgaben mehr. Nope. Dann machen wir das mit dem verteufelten Boden. Das ist ein Schuss. Ja, ja. Dann haben wir das mit dem Treffen. Das ist ein Schuss. Dann haben wir das mit dem Heu. Hmm. Damit die einen Grund haben. Weiter könnte ich dann statt das Beste kommt zum Schluss auch irgendwie unsterblich mitnehmen oder. Aufgezirrte Hoffnung, aufgezirrte Hoffnung, ja aufgezirrte Hoffnung, hier könnte ich das eigentlich machen. Hmm. Wenn ich bei jemandem angedacht hätte, aber ja, trifft deine Wahl. Ach, jetzt kann ich nicht mehr beeindrucken. Ja, das sind mal vier von fünf Totems, die brennen. Wie hoch ist denn wahrscheinlich, dass das erste brennende Totem verteufelter Boden ist? Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Also dann gibt es eigentlich nur ein glanzloses Tote und das bedeutet von unsterblich habe ich dann halt nicht wirklich was. Was Auro-mäßig angeht. Na? Warum lädt das gerade so ewig lange? Ja gut. Ja gut. Kann das jetzt mal fertig werden? Ich würde gerne in der Runde kommen ey. Ich versteh so nicht. Das ist am Ende eine Video-Amount, was tausend Minuten laden muss. Äh. Hm. Wenn wir nichts machen. Puh. Ey wird das heute noch was? Puh. Puh. Ich bin schon ein bisschen ungeduldig gerade. Aber ich würde gerne mal ins Spiel kommen. Wäre richtig nass. Komm. Puh. 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 Ich würde da... Ich würde da... Ich sehe nicht da immer noch, ey, was ist das denn? Ich würde jetzt schon langsam mal ins Spiel kommen, ey. Oder raus. Wir sind jetzt tatsächlich noch auf die Map gekommen, krass. Nach so langer Ladezeit, ey. What the fuck. Oder krass. Oh, der hat einen Verteufel der Bohne aktiviert. Aufgabe erfüllt. Oh, der hat einen Verteufel. Oh. Ohhhh! Leona hat gehörtet? Ich hatte sicher etwas gehört. Ich habe sicher etwas gehört. Okay. Oh mein Gott. Oh! 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 Ah! Sooo, wartet, 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 wartet. Da noch gar nicht. So, jetzt war... Ach, die Merkel ist wie ein Gespenster. Ey, die sind so komisch, Straufe. Ah, interessant, die leuchtenden auf, wenn man bei keiner gewirkt ist. Was ist denn da für ein Problem? Naja, es war genug weg. Wo ist die Fange überhaupt? Naja, die werde ich nicht mehr bekommen. Woaah! 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 auch nicht die fehlte den mech töten jetzt ist es auch schon zu schwört der diskonete da klar so war das jetzt auch nicht geplant ich wollte eigentlich nur den märk moran tja egal ich weiß nicht warum die ladezetten so extrem die nächste runde wird wirklich der allerletzte werden da hab ich das gut gemacht tja das weiß ich nicht machen wir nicht mit handlos könnten jetzt das mitmacht hier noch machen das ist auf zahl oder war das erste stufe ja wir bleiben bei der hand was aber standen führen wir einfach zu der jagt nehmen wir raubt hier naja was ganz schnell geht 9 6 jahren das hat das schnell und einfach gehen die 10 4 20 20 20 21 20 21 21 Oh, Frau, wotten wir noch denn? Aha, hierfürchtet ich, Herr Pflanz. Läuft. Läuft. Das hat jetzt sehr schnell geworden. Bin wirklich überrascht. Hab ich da gerade äh, was gesehen? Aber so schnell haben die mir Ruinen wieder weggenommen. Krass. 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 Das hat sie ja richtig geil gemacht. Wow. Boah, der abgelenkst hat in der Würfe. Er hat zu spitz zugeschaut. Was? 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 Schön ausgedrückt. Okay, jetzt hab ich sie aus den Augen verloren. Ach du meine Güte. Was? Den ist ich ja schnell geil. Oh Gott. Ja, da ist auf jeden Fall jemand. Wow. Wow. Ach schon, jetzt schon wieder. Oh Gott. Oh Gott. Was? Was? Wie habe ich sie denn gesetzt? Was? 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 Jetzt wirklich Engel. Ach, das ist bald. Was? Ach, das ist bald. Schnell da, noch kommen. Na, wo habt ihr Kate versteckt? Oh, verdammt nochmal, ey. Ja, jetzt geht es plötzlich wieder, ey. Was ist das? Oh! 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 Was machst du jetzt? Ne, den hatte ich noch kein einziges Mal aufgehangen. Die Kette ist schon wieder vorgeheirrt, oder? Ey, ich hab die doch gerade gehört, ey. Könnte ich die jetzt so krass aus den Augen verlieren? Was zur Hölle? Ich will nicht mehr, ey. Mein Internet, uh, sagt Nein. Das ist aber nicht wirklich weit weg, ey. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Geht raus, ey. Ey, der ist... Ja, geil, damit hab ich die Runde eigentlich, äh, so richtig verkackt. Oder nichts erreicht, weil... Mein Internet, nein, sagt... Keine Ahnung, ey. Ich hab's schon... Geht doch raus, verdammt noch mal... Geht doch nicht. das funktioniert mit der aufgabe schaden dass die letzte runde so aussehen muss aber mein internet sagt nein warum auch immer gerade einfach nur bescheuert der hat auch einen flaner reingehauen da kann man nichts machen ich hätte es auch locker geschafft hätte meine internet beziehungsweise meine verbindung nicht so rumgekackt aber das hat es leider deswegen konnte ich auch nicht mehr richtig spielen aber gut kann man nichts machen ich gehe jetzt auf also bis samstag oder so ich denke nicht dass ich mal wandern kann mal schauen bis hin bis an bis hin bis hin hin bis hin die